hallo und herzlich willkommen zurück zu neuen shop review hier auf meinem kanal heute kommt das shop review leider ein kleines bisschen später weil ich ein bisschen vergessen hat das video überhaupt aufzunehmen und einen kleinen fehlversuch dabei hatte deshalb hoffe ich trotzdem dass es euch gefällt auch wenn es heute mal nicht ganz früh ist dann ich würde sagen wenn euch meine videos hier auf dem kanal gefallen und ja auch in zukunft keine videos mehr verpassen wollt und auch keine streams verpassen wollt dann lasst doch gerne ein like und ein abo da würde mich auf jeden fall extrem freuen ich würde sagen wir switchen einmal rüber in den item shop hier haben wir würde ich mal sagen auf der rechten seite den taxifahrer skin ich finde den ich mag eben halt den band charakter jetzt nicht so extrem und ich finde das wirkt so ein bisschen entgegen dieser ben ist hier normalerweise ein charakter hatte sich herauskristallisiert und dann dieser taxifahrer skin ist eben halt der ultimative schwitzer deshalb passt das irgendwie nicht zusammen und ich finde bei der weiblichen variante passt das tausendmal besser weil die ramirez an sich ja schon tryhard skin ist und mit taxifahrer skin zusammen ist dann ist das dann einfach ein extremer tryhard skin auch mit dem gelb und schwarz sieht das ganz cool aus und ich finde das auf jeden fall empfehlenswert zu kaufen dann haben wir den warthog gleiter ist jetzt nichts besonderes wenn man diesen militär look mag kann man sich den kaufen aber ich glaube da gibt es dort bessere grüne gleiter dann habe ich hier den gut geöl die mode ist auf jeden fall ganz witzig immer zu roboter mäßig und für den blauen tanz ist er echt ziemlich gut aber den kann man sich definitiv kaufen aber hier geschmeidige moves ist auch ein guter dance folgende musik dahinter ist ganz cool eigentlich und sieht immer sehr geschmeidig aus so wie es auch heißt da habe ich hier neue pickaxe und zwar stumpf auch cool dass hier die blätter so ein bisschen runterfallen und der sound effekte ist definitiv auch ganz cool und für eine blaue spitzhacke finde ich die echt gut ich glaube allerdings dass sie eventuell ein bisschen groß ist trotzdem kann man sich die definitiv kaufen generell die rechte seite ist schon echt guter shop heute dann haben wir den vorgestellten gegenständen insgesamt 16 stile und man muss im prinzip nur drei bezahlen ich würde mal sagen wir beginnen bei den skins hier haben wir nämlich den ja den bestie core skin aus tier mechanik und jetzt wird man sagen wir beginnen bei den stil wobei ja auch noch mal die rucksack stile bekommt er genutzt habe 16 stile und hier hat man auf jeden fall verschiedene alles im prinzip nur unterschiedlichen farben aber der rucksack ist auf jeden fall cool weil er sich hier auch so bewegt eben halt wie ein motor und die farben geben auch ordentlich variation und zum beispiel der wird jetzt am besten glaube ich zum roten stil passen und da hat man eine große auswahl möglichkeit da hat natürlich das kind selbst noch verschiedene stile prinzip einmal hier ein nashorn dann soll das sein löwe glaube ich wenn tiger oder irgendetwas in die richtung auf jeden fall hat im prinzip ist im prinzip noch mal komplett andere variante vom skin hier ist noch mal so ein böser skin und habe ich als letztes noch mal diesen löwen skin ist gehen sehen auf jeden fall im generellen schon ganz gut aus ja ist jetzt definitiv nicht mein lieblings skin allerdings sind die rucksäcke definitiv ganz cool und ich glaube das kann man sich auf jeden fall kaufen dann kommen wir zu den spitzhacken hier gibt es noch mal deutlich größere varianten zum beispiel die spitzhacker hier ist episch und hat hier einfach diesen schönen qualm da hinten raus kommt mit dem feuer das sieht einfach extrem cool aus finde ich auch cool dass sich hier alle animiert sind dann haben gibt es hier die motorsiege und eben halt oben auch mit dieser punk frisur ist auf jeden fall auch ein extrem cooles spitzhacken die ich es auch cool ist im prinzip so ähnlich wie die hier nur das prinzip aus mehr triebwerken da vorher rauskommt dann gibt es noch die letzte und die hat auch noch mal ganz anderen stil ich finde ich die spitzhacken lohnen sich vom ganzen stil oder vom ganzen paket am meisten wenn man hier wirklich vier verschiedene spitzhacke hacken bekommt die auch wirklich die 1200 v bucks wert sind man muss sich vorstellen eine spitzhacke würde ja nur 300 v bucks kosten und im prinzip für 300 v bucks so eine spitzhacke die ja sogar animiert ist zu bekommen ist schon nicht schlecht dann haben wir hier noch mal die gleiter auch cool mit dem feuer ich mag es einfach ganz gern wenn das so ist hier gibt es keine komplett verschiedenen stile sondern eben halt nur sozusagen wie so eine waffen lackierung einfach nur obendrauf aber trotzdem sehen die verschiedenen auch echt cool aus und hier auch mit dem triebwerk gefällt mir definitiv das ist wirklich einer der besten shops in letzter zeit es gibt ja eigentlich kein keine sache die sich überhaupt nicht lohnt am wenigsten lohnt sich wirklich noch der warthog gleiter sonst ist der rest echt wirklich super dann genau rüber rette die welt shop dort wird wahrscheinlich wieder nicht allzu spezielles sein noch mal ein upgrade haben für mich ja ja ein fähren waffen lama ist jetzt nicht so wirklich gut wenn man guckt dass da rauskommt nur epische sachen und epische sachen braucht ein so ziemlich keiner da lohnt sich schon abgericht lama hier wieder bei mir mehr mit dem mit dem ein held der sicherlich nicht schlecht ist sonst hat sich hier nichts geändert alles immer noch gleich hier auf der linken seite sollte man sich wirklich die sachen kaufen seit es wie liegen der kraft kraft quellen und wenn man zum beispiel auch noch feldwebel noch nicht hatte lohnt sich das definitiv auch für die mythischen skins sind jetzt nicht so wirklich gut aber kommt natürlich auf die jeweilige spielweise an und man kommt natürlich immer noch ein teamvorteil dafür ich hoffe dir hat das video gefallen und dann werde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video oder stream wieder bis dahin ciao